Gebt mir ein Jotsurimo, das heißt Jolle, was geht euch, Tobi, hier am Start und ich hab mal wieder ein paar Informationen für euch und zwar bin ich in den nächsten zwei Wochen vom 5. Juli bis 19. Juli im Urlaub das heißt, da werden keine Videos kommen und ich bin dann, wie gesagt, am 19. Juli wieder da da kann ich dann direkt für euch wieder produzieren aber nur, dass ihr diese Informationen habt dass ihr euch nicht wundert, warum keine Videos mehr kommen in der Zeit ja, und eigentlich war's das jetzt, eigentlich wär's das jetzt auch schon gewesen und ich würd sagen haut da raus, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wahrscheinlich dann in zwei Wochen und bis dahin, tschau Musik 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 Bis zum nächsten Mal.